Musik Ja hallo, der Matthias ist hier. Ich freue mich, dass ihr das Video wieder anschaut. Wir erleben weltweit schwierige Zeiten und alle müssen zu Hause bleiben. Aber was macht man so den lieben langen Tag zu Hause, ohne dass einem die Decke auf den Kopf fällt? Ich habe mir überlegt, ein altes Hobby wieder aufleben zu lassen. Klemmbau-Stein. Da ich das Ganze gerne mit meiner Liebe zu Asien verbinden möchte, kamen mir die Bausets von Xingbao aus China sehr gelegen. Ich fange heute mit dem ersten Set aus der China Hall of Fame Serie an. Nummer bei Xingbao XB01403A. In diesem Set geht es um den großen weißen Philosophen Konfuzius. Das zentrale Thema seiner Lehren war die menschliche Ordnung. Harmonie und Mitte, Gleichmut und Gleichgewicht. Und der beste Weg dazu ist vor allem durch Bildung. Deshalb forderte Konfuzius, Bildung soll allen frei zugänglich sein. Es darf keine Standesunterschiede geben. Die in diesem Set dargestellte Szene handelt davon, wie der Schüler Zheng Chen oder auch Zheng Xi den großen Konfuzius seiner Aufwartung macht. Zheng Xi war einer der beliebtesten und fähigsten Schüler Konfuzius. Ihm und seinen Nachfolgern allein ist es zu verdanken, dass die Lehren des großen Konfuzius erhalten geblieben sind. Der Meister selbst hat leider keine seiner Lehren in Schriftform veröffentlicht. Soviel zum geschichtlichen Hintergrund dieses wunderschönen Sets von Xingbao. Ich zeige euch jetzt noch einen kurzen Clip vom Aufbau des Sets. Und wir sehen uns dann wieder in meinem nächsten Video mit einem weiteren Set aus dieser schönen Serie. Passt auf euch auf, bleibt alle gesund und lasst es euch nicht zu langweilig werden zu Hause. Euer Matthias. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.